Ist das noch was? Oh, ich hasse Werbung OK! Hallo, 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 hallo Hallo, wir haben eine Umfrage gemacht, was DSL-Kund nicht wichtig ist Deine Mutter wollen 35% Scheiß RTL 56 Deine Mutter 78% Aber das Wichtigste, und das wollen 99% ist langsame Internet zum günstigen Preis. Deshalb senke ich den Preis für unseren beliebtesten DSL-Anschluss auf 19,99. Nein, das heißt ja nicht! Guten springen musste live, für den Internet ist der Periode Internet und Telefon, für nur 19,99 im Monat. 1&1.de Nein. Hallo. Ich heiße Marvin. Sie können... Waaaaaauw. Waaaaaauw. Waaaaaauw.